Jungs geht's an die Infone, ich komme zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ja heute am Anfang auf jeden Fall noch mal mit zwei Packs auf meinem Patreon Account hier habe ich noch mal zwei Packs, ein Winter Upgrade Pack ich kriege noch eine Zusammenfassung von den ganzen Highlights im gestrigen Stream für diejenigen die es verpasst haben weil ihr wisst ich muss heute früh zum Friseur und ich hätte einfach kein anderes Video mehr geschafft also ihr könnt gerne mal in den Kommentarbereich schreiben freut euch trotzdem über solche Stream Highlight Videos oder sagt ja ja irgendwo schon unnötig weil man kann ja den Streamgast angucken, der geht zwar 6 Stunden aber man kann schon durchklicken und ja muss man nicht jetzt machen Schreibt mir in den Kommentarbereich, ich bin ja und ich schaffe es zeitlich nicht mehr ein Video zu bringen ich würde halt einfach ein Highlight bringen, ist es wie gesagt besser als nichts und für viele die wahrscheinlich nicht bis 3 Uhr nachts oder 4 Uhr nachts gucken können ist trotzdem nice dann nochmal eine Zusammenfassung zu haben wie gesagt am Anfang werden wir jetzt hier zwei Packs noch öffnen die ersten Packs habe ich mit FIFA Points aufgemacht gestern auf meinem Patreon Account weil ich halt ja immer halt Coins brauche für, oh ein Walkout, für SBBs LF ah das ist hier der gute Vertong ja der gute Vertong ist das und ja ich brauche halt Coins für SBBs und ich sag immer Jungs ladet nicht auf, es ist unnötig und ich bleib dabei aber für jemanden wie mich ja der das absetzen kann und sozusagen Geld wieder reinholen kann damit ist das halt notwendig, weil ihr habt gemerkt in den letzten SBBs, die Leute wussten ungefähr welche Spieler ich immer kaufen möchte, weil die wissen wie viele Coins ich ungefähr hatte und das will ich halt ein bisschen verhindern indem ich meine Coins Bilanz bisschen erhöhe ich muss halt viel abstoßen und ich brauche halt die Coins und dann muss ich halt FIFA Points aufladen weil ich auf zwei Accounts schaffe ich es nicht zu traden, auf ein RTG ist schon anstrengend genug zu traden dann noch auf ein Pay-to-Win Account habe ich einfach nicht die Kraft und dann, ja wie gesagt, auf langfristig lohnt sich das weil ich kriege immer ein bisschen wieder Coins durch die Videos zurück ein bisschen Münzen, nicht Coins und dann würde ich sagen, schnack ich nicht so lange Jungs machen wir mal hier mein Winter Upgrade Pack auf, vielleicht Ibrahimovic, vielleicht irgendwas geiles come on, schönes Flair, sieht aus wie Icon wer ist das? ZM, oh nein, es ist Herr Hera, ne ist er gut, ich glaube der ist nicht so gut, ne sieht nicht schlecht aus von den Sets, aber ich glaube der ist einer der günstigen Winter Upgrade Packs ich habe noch nie jemanden gesehen, der irgendwie da Epoi rausgezogen hat 25.000 Münzen, da muss ich doppelt und dreifach los dann würde ich sagen Jungs, ja mein Winter Upgrade Pack auf dem RTG Account zieht ihr auch gleich in den Highlights also alle Highlights, die ihr gestern verpasst habt, nochmal in einem Video die ersten beiden Packs sind auf dem Pay-to-Win Account, alles andere ist auf dem RTG Account passiert und ganz ganz so am Schluss, ja könnt ihr nochmal abstimmen könnt ihr gerne unten reinschreiben 1, 2 oder 3 welches Team wird heute Abend nochmal gebaut wir haben ein bisschen rumexperimentiert mit ein paar Spielern mit OTV Team mit einem geilen Prime Michael Moment aber auch gleich eine Erklärung, wo man da nicht reinpasst und dann würde ich sagen, bin ich für jetzt raus viel Spaß mit den Highlights also ich weiß nicht, weil mit Seko das Video war ja richtig gut und ich habe da nicht so einen guten CPM gehabt aber ich habe trotzdem ungefähr die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte wieder zurückgeholt was da in Ordnung ist und ich habe gegen Seko glaube ich da habe ich auch was abgestoßen, gegen Seko, ja da passiert halt Schreib komm, Chat Pack, ich sehe nichts Icon Son for real Alter geil, Digas Als ob Son, nein! Bitte Son, als ob, bitte! Nein, oder? De Bräune Uff De Bräune De Bräune ist gut Alter! Nein! Als ob Chat Pack Beste Als ob De Bräune, Digi Der ist doch noch Der ist auf jeden Fall Ja man De Bräune Ich sehe es schon hier im Stream Jawoll man De Bräune Ey Chat Pack Ich mache vielleicht noch einen Chat Pack Einen haben wir noch Jetzt Letztes Pack Chat Pack Gönn noch einmal was Gutes Ich brauche Aber es ist gut jung Wir haben jetzt ungefähr 300k Habe ich 1,7 Millionen auf dem Account 1,4 sogar Ne 1,8 Habe ich fast 2 Millionen Ist gut eigentlich 2 Millionen zum SBB Müsste reichen Bitte jetzt mal vielleicht ein Dingsspieler Und Jungs Was kam? Ronaldo Son Hennen wir die selben Namen Ronaldo Ronaldo Hallo Ronaldo Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Als ob Kondokbia Ist er teuer? Lachen wir doch nicht Bitte 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 Was gut ist Yay Ist er was wert Jungs? Ist er was wert? Oha Ist er was wert Jungs? Ja okay 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 180 190 Oder? Für den Anfang würden wir nicht immer die selben Spieler spielen Jungs Mal ein neues Team ausprobieren Warum ist schlechte Chemie? Ist doch okay 100 Chemie reicht Hat einer von den Mods das mitgekommen jetzt? Was am meisten gefordert? Alter der kommt direkt hier mit im Papier in Rot Oho Ronaldo Ja moin Was ist ein Pass von Ben Yedda Junge Der sagt Trash zu dem Hä? Was labert ihr Digga? Was für Trash Digga Guck dir Ben Yedda an Hey ja das Team ist doch nicht Trash Das geile ist auch die Leute denken echt Oha Junge Hazzard Sagen die Trash so Hazzard Digga Okay Okay Sieht schlagbar aus Also tu mir erst so Ist eigentlich gut Aber ist grad gefickt worden Ah Brudi Alles gut man I'm here man Ah Krissi man Wer hat was gegen Krissmann gesagt? Ben Yedda jetzt Ja Ey Ben Yedda ist nice man Ben Yedda ist echt nice Warum hast du nicht geholt Casey? Heißt nicht Digga Ich hatte Zweifel gehabt einfach Loy Was macht der denn da? Messi easy Easy Messi Digga Der ist immer noch der Beste Digga Der Messi Nein das war so einfach Oh Was geht denn hier ab Digga Der Arme Digga Wurde ja richtig geacet Der Arme Digga Ben Yedda ist schon heftig man Vielleicht morgen Lightning Rounds versuchen nochmal zu kaufen Wir machen gleich dann die Stroko Links dann Ah komm jetzt aber Sorry Bro Bisschen unlucky für ihn aber Ich krieg auch keinen ausgewählt hier man Oh Mann Oh Junge alter Ey Nein Oh Glück gehabt Older hab ich ein fucking Schweine Wie kann man so viel Glück haben Was mach ich da? Was passiert hier Digga Oh mein Gott Es fällt Was geht hier ab mit Abseits Nein Mann Ehm Mal Zanetti Einmal R9 in den Chat Uuuuuh Uuuuh 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 Ich komm mal Alter Scheiß drauf Digga So spät Digga Scheiß drauf Die alle haben jetzt Ja geschrieben Die haben auch alle Ja geschrieben Oh mein Gott Ein Lakata ist da Junge wenn der Scheiß ist Der wird direkt verkauft Der Big Mac Wenn der weiterkommt Er kriegt dann noch Er kriegt ein Plus 2 Upgrade Uuuuh Wunderschön Beste Entscheidung ever Jungs Guckt euch das schon an Oh mein Gott Ich hab nichts gedrückt Und der läuft einfach durch Oh mein Gott Vorlage von Hidotoshi Nakata Oh mein Gott ist der heftig Ey das war nicht von Onri Das war von äh Nakata ey Oh mein Gott Was zum Tripling alter Oh mein Gott Digga Schöne bisschen Kakao Makau Gönnen Haha La Raul Let's go Raul In diesem FIFA zumindest Boah das ist fast so ein Nakata Digga Guck mal Auch wieder durch Nakata eingeleitet Digga Krass Uuuuh Okay Jawoll Lucky Ein bisschen Lucky Ist der Gegner raus Alright Einspielen auf Jungs Uuuuh Ist am Endge- Ey Ist das Stings? Ist das... Das ist doch ähm Wakes Ist das Wakes? Lääh Ah ein Slack ist noch zwischendrin alter Geil Oh man Komm jetzt hast du Nakata bitte Oh mein Gott nein Ist doch zu klein Oh nein Nakata Alter gewinnt Verliert das toffe Kopfballduell Ohhhh Das nervt so krass Meine Ich hab einem Ah GG Digga Ja ist too weak Digga Ich bin ehrlich mit euch Das Ding ist... Nakata ist nicht schuld Das Ding ist das Team Passt nicht zusammen Wie einer geschrieben hat Ich hab vier ZOM Spieler Ich hab gar keine Flügelspieler Die sind zu langsam über die Außen Das ist das Ristoff Aber das ey 200 IQ Oder Jot A Jot A Jot I Ja man So guck mal Dann könnte ich die zwei spielen Weil ich feier den eh mehr Den hier den Turimiyashu und den Handao Ich finde feier ich eh richtig krass Dann werden die zwei dann nur offcam Dann passt der Hase Ja gefällt mir Vielleicht spielen wir morgen so Dann spielen wir aber wirklich so endlich Ich verkauf dann nicht mehr dann Dann würde ich sagen Ja Vielleicht Ibrahimovic Vielleicht irgendwas geiles AK würde ich auch nehmen Wär auch geil AK Ansonsten irgendwas was ich gebrauchen kann Komm die Jungs mit euch zusammen 3 zu 1 Let's go Gönn was geiles EA Sports man Gönn 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 Komm Bitte Oh das ist richtig fett Ist richtig fett Nein wer ist das Wer ist das Wer ist das Oh Limbombe Was ist das da Alter für eine Bombe Oh mein Gott Digga 25.000 Digga Oh mein Gott Alter Wer ist das da Ja Serien Kannmär Danke Wie gnang Untertitelung des ZDF, 2020